Ja, hier kann man nun sehen, hören und spüren, was hier am Dammtor am Rande von Brandenblumen passiert. Der alte, im Brutalismus gehaltene CCH-Bunker wird niedergekloppt. Und ab 2019 soll das CCH dann in neuem Glanz erstrahlen und bis dahin wird es erstmal, ja, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht ganz platt gemacht, aber es wird ordentlich zerkleinert. Ja, hier, ich schwenke nochmal zurück, man kann das ja hier sehen. Ach, guck mal, da oben sind ja ein paar Leute am Arbeiten. Wahrscheinlich mit Stämmhammern ausgerüstet. Ach ja, ja, da kann man sehen. Da ist gerade ein Stück rausgeflumst. Und hier können wir die fleischigen Kerle bei der Arbeit sehen, wie sie mit ihrem Beton-T-Rex die hässliche alte Park-Ebene zerkleinern. Und hier kann man sehen.